Dismar, der Höllensumpf. Campen wir wirklich auf den zugeteilten Plätzen? Jeder kann herein. Nö, wir streifen durch den Busch. Wenn du keinen Schiss hast. Aber nicht jeder ist willkommen. Viele meinen, dass sowas wie ein Zauber über dem Sumpf liegt. Dass man nicht wirklich von ihm loskommt. Dass von einem was da bleibt. Für immer. Und nicht jeder kann ihn verlassen. Keine Angst, es geht ihm gut. Solange Matt dabei ist, ist dein Mann in Sicherheit. Sagen Sie mir einfach, was Sie wollen, dann mache ich es wahr. Ich brauche dich tot. Komm schon, Matti. Komm schon. Dismar, der Höllensumpf. Bist du sicher, dass wir in die richtige Richtung gehen? Bleiben Sie auf dem Weg. Matt! .'' Bist du sicher, dass du? Vielen Dank.